Huyakman und Deborah Lefurness Deb und ich glauben, jedes Kind verdient eine sichere, liebende und dauerhafte Familie. Huyakman und Deborah Lefurness haben selbst zwei Kinder adoptiert. Jetzt machen sich die beiden auch in den sozialen Netzwerken für Adoptionen stark. Die beiden nehmen an einer Kampagne teil, die darauf aufmerksam machen will, wie viele Kinder in Australien auf der Suche nach einer Familie sind. Daumen hoch für diese super Aktion!